Ihr Fahrzeug ist für optimalen Komfort mit einer automatischen Klimaanlage ausgestattet. Wenn Sie den Automatikmodus aktivieren, reguliert das System die Lufttemperatur, die Gebläse-Drehzahl sowie die Verteilung und das Recycling der Luft im Fahrgastraum, um den Komfort der Fahrgäste und eine gute Sicht zu garantieren. Drücken Sie auf diese Taste, um das Programm Auto zu aktivieren. Das System wird dann optimiert, um das gewählte Komfortniveau in Abhängigkeit von den Außenbedingungen zu erreichen. Im Automatikmodus reguliert das System das Ein- oder Ausschalten der Klimaanlage. Um die Klimaanlage manuell zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie auf diese Taste. Drücken Sie dieses Bedienelement nach oben, um die Gebläsestufe zu erhöhen, und nach unten, um sie zu verringern. Um die Verteilung der Luft im Fahrgastraum zu ändern, drücken Sie mehrmals diese Taste bis zur gewünschten Verteilung. Zum Einstellen der Temperatur drücken Sie dieses Bedienelement nach oben oder nach unten. Beachten Sie, dass, wenn Sie eine dieser Einstellungen manuell vornehmen, der Automatikmodus deaktiviert wird. Um ihn wieder einzuschalten, drücken Sie erneut auf Auto. Bei beschlagenen oder vereisten Scheiben drücken Sie auf diesen Schalter, um die Anti-Beschlag-Funktion zu aktivieren. Dadurch wird ein schneller Anti-Beschlag-Vorgang der Frontscheibe, der Heckscheibe, der vorderen Seitenscheiben und der Außenspiegel bewirkt. Klimaanlage und Heckscheibenentfrostung werden dadurch automatisch aktiviert. Um die Funktion Klare Sicht zu verlassen, drücken Sie erneut auf diese Taste oder auf die Taste Auto. Um die Entfrostung und den Anti-Beschlag-Vorgang für die Heckscheibe ein- oder auszuschalten, drücken Sie diese Taste. Mit der Taste Klimaanlage Max wird die maximale Leistung der Klimaanlage aktiviert und spürbar. Um zu verhindern, dass verunreinigte Luft in den Fahrgastraum gelangt, zum Beispiel bei Staus, aktiviert Ihr Fahrzeug je nach externer Luftqualität automatisch die Funktion Umluftbetrieb. Das Gebläser arbeitet dadurch im geschlossenen Kreislauf. Sie können diese Funktion durch Drücken dieser Taste natürlich auch manuell aktivieren, sobald es Ihnen notwendig erscheint. Die integrierte Kontrolllampe leuchtet zur Bestätigung der Aktivierung. Beachten Sie, dass eine andauernde Verwendung dieser Funktion zu beschlagenen Scheiben führen kann. Es wird empfohlen, auf den Automatikmodus zurückzuschalten, sobald die Umluftfunktion nicht mehr nötig ist. Um die gesamte Klimaanlage auszuschalten, drücken Sie diese Taste auf. Beachten Sie, dass der Modus ECO die Wirksamkeit der Klimatisierung beschränken kann, um Ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Die Klimaanlage behält bei jedem Motorstart automatisch die Einstellungen bei, die beim letzten Abstellen des Motors eingestellt waren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017